Und das war richtig! Hannibal! Danke! Danke! Äh, Muni und so zusätzlich! Ich hab mich schon! ich hab mich schon. Die Penner haben schon wieder seinen Kommandopass eingenommen, diese Säcke. Was geht mit dem Kerl ab, ey? Überaktiv veranlagt. Ist der Typ jetzt tot? Ja, ist er irgendwie schon. Kriegt man auch extra Punkte, wenn man den Furzis den Gnarenstoß gibt? Weiß ich nicht, glaub ja. Also du kriegst jedenfalls laufen mit irgendwelchen Punkten. Warum ist die jetzt hier schon wieder? Wow. Keine Ahnung. Alter. Übertrieben, ey. Ich will auch so ne geile Waffe haben. Ist, glaub ich, diese Demi-Dingsbums. Barisov, Demisov, keine Ahnung. Also ich kann noch ein Dings posten da. Ja, kann noch ein Dings posten, ne? Ja, kann noch ein Dings posten, ne? So, benutzten, ne? Doch, gleich haben wir die Kransteuerung. Ja! Haha. Wartet. Wir haben jetzt schon geworben? Nein. Bestimmt nicht. Wär zu einfach. Ach, Mann ey. Das hört mich doch. Waffe wechseln. So, was meintest du? Derisov? Ja, Drognav, genau. Drognav. Drognav. Leichtes Gewehr. Hm. Mal das probieren. Äh, wie... Das sieht der verkackt aus. Wo bist du? Motor ist da, ich... Ich fummel hier grad an mein Sack. Wach. Wach du Scheiße. Das ist ja ne Pupkunde. Da. Money verbattern. Fickes eskortieren ey. Oh Gott. Wen Fickes eskortieren? Fickes eskortieren. Eskortieren. Gut, da machen wir das mal. Fickes. Mal den Fickes, den Fickes. Hä? Warum ist denn der jetzt auf einmal da? Hey, Fickes. Warum... Warum ist der jetzt... Kann der irgendwas besonderes oder so oder was? Weiß ich nicht. Steht da bei einem Aufgang. Aber warum musst du den jetzt diskutieren? Das will ich jetzt gar nicht rein. Ich baue ein MG-Nest. Wo ist er denn? Sehr gut. Ich stehe auf einer Mühle hier unten. Bewege dich nicht. Wir haben unseren Kommandopastung. Zeig erobern. Sie dürfen die nicht entschärft. Ah, ich seh nix. Flashback. 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 Die Hackbox ist weg. Bringt sie einen neuen. Die Hackbox. Die Hackbox ist weg. Die hackbox ist weg. Die Hackbox wird er gesagt. Die Hackbox hat er gesagt. Tusch tsch. Tusch tsch. Tusch. Tusch tsch. Ne, ich mag die Pfeil. Watt da? Hallo? Heile dich selbst! Heile dich selbst, Diggo! Das war oh... Das ist uns. Fickes. Ach, Fickes ist wahrscheinlich der Meister-Hacker hier, oder so. Au, sag mal! Wo ballern die immer? Ist doch nicht mehr normal. Von dahinten. Nein, warte. Was ist denn jetzt los, Junge? Lauf doch einfach. Ich begebe mich zum Sanitätsbus. Black vielleicht? Oder sowas? Nee, irgendwie nicht aufgehängt. Wo ist denn, Fickes? Hier beim, bei Raketenrampe. Wo komm ich jetzt hier hoch? Ich begebe mich zum Versorgungspost. Jetzt mach doch mal hin, Fickes. Nach 10 Minuten. Ja. Ja. Was ist denn da? Wo ist der längst? Ist der unten runter, oder was? Nein, der ist weg! Oh, ey, das ist zack für meine Schrauben. Alter, warum wechselt der Penner die Waffe nicht? Weil er nicht will. Was ist das für eine Kacke? Ja. Das ist, äh... Das ist, äh... Ne, und so. Die können die scheiß Spots gar nicht auf jeden anderen Gegner zielen, ne? Aber nein. Tja. So ist das. Tja. Wie macht das Ding? Buffen! Fickes buffe ich auch mal. Ach, Fick. Fick, Fick. Fick. Die Brücke eigentlich, äh... Nein. Sie haben unseren Kommandopasten! Zeig erobern! Wir gefallen den Weg! Scheiß Slamming, ey. Springen da alle runter. Bauer! Wie ist der Typ jetzt hin? Miene platziert! Wo ist ein Ficky? Ach, da kommt der Angriff wackelt. Ich muss mir... Ohhhh! So ne Schwuchtel von hinten, ey. Na komm, du spielst. Ach, du bist gar kein Medic. Hey. Ich hab zu wenig Medics. Wenn das so weitergeht, tendiere ich weiter zu Medics zu spielen, aber dann kann ich meine Waffen nicht immer so schön buffen. Warte, dann spiel ich jetzt nicht mehr den. Nee. Moment. Ich mach das so leider. Ah, Techniker. Okay. Sven. Decker. Yon. Blum. Ne. Ich bin immer noch. Womit. Jetzt hab ich die hohe Handschuhe an. Oh. Was, äh? Alter! Wie genau können die mit dem Scheißding zielen? Yeah. Genau. Ja, ich merk das schon. Bleib liegen. Ach. Ewa. Kleppitrappi? Ich vergebe mich zum Qualitätsbosten. Hallo. Oh, ja. Frenksatz gelegt. Sie dürfen ihn nicht zu sehen. Maga! Ich werde den Schmerzinn wechseln. Warte Durst. Woa! Warum gibt's hier? Ah. Oh, wie ist das super anders, ey. Hyper, Hyper. Man. Du kannst auch echt nicht noch ein langsamer nachladen, oder? Ja. Splittergranate! Ich begebe mich zum Sanitätsbosten. Weißt du, wir stehen hier unter Beschuss und der lässt sich alle Zeit der Welt. Ja, 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 ja. Was? Wieder kaputt? Wieder kaputt? Kommunisten? Tötet sie? Kommunisten? Überall Kommunisten? Ich bin Ami, ja. Ich darf das sagen. Nein, bin ich nicht, aber sag ich's trotzdem. Gleich kommen sie wieder von hinten, die perversen Säcke, ich sie's doch kommen hier. Ich hacke! Alter! Oh, es ist echt hart. Sag mal! Hallo? Gibt's nicht nur hier geilere Waffe. Nutzest du hier Schiff. Muss ich es halten? Egal. Scheißrohr. Hm. Was gibt's, was kann man denn noch machen? Sie haben sein Kommandeposten. Kernsteuerung bewachen. Röntchen Sanitärposten. Broke eskortieren muss. Hm. Jetzt ist es nicht mehr Fickes. Warum ist es nicht mehr Fickes? Keine Ahnung. Vergiss es. Ich heile ich nicht. Ich will mein Fickes wieder haben. Ich will da einfach hier nicht runterkommen, weil mein Schwanz zu steif ist und ist so. Hänge bei dir. Hänge bei dir. Nein. Ich kann nicht mehr machen. Wenn es kein anderer macht. Ein Krapitalin mal in den Kran. Weiche Schakal. Röntgen wir in die Kran. Eiche. 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 Da schwör. Nein, es ist schon echt fast so schlimm, wie wir kommen wenn wir in das Geisel-Schneil reagieren. hier haben wir das ist das die Premierende das sind die Art Brücke oben die Scheißentwickler ich kann mich für meinen Geschmack zu viel an den Dingeln den Waffen von den Brotts rumgeschaut ich hab schon Demi-Chef gelesen werden weiße, falsches Spiel wirklich cool die Waffe wer aimt hier mal auf mich verdammt da haben wir schon wieder so ein Oberskill des Rums-Boom-Gewehr 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 ja, ist ja so manchmal rumswummen, da ist man tot manchmal auch rumswummen aber im Bett ich lade nach das war nicht lustig ja nicht gucku ah scheiß Franzosen wo gibt's denn eigentlich hier haua das ist wenn er hier runter springt nichts ok ich bin schon ich bin schon uuuuuuuu uuuu 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 scheiß Gott ich bin nicht nach was schreit us uuuu und uuuu ich klicke ja warte mal bis sag mal, schon wieder 3 Schuss mit so einem komischen Ding gleich hintereinander, dann kann man auch gar nicht so genau treffen ey, scheiß Botzen der Schuss, wo ist er aber noch? Angst so, go zu oft nachzuladen und heile dich kann ich das denn hier auch machen huah ich nehme mal als erstes ne ach klar juckt puh oh was sind wir ein bisschen schön sie haben noch eine Minute ach das ist doch nicht machbar ey ich decke das Gebiet zuste das ist doch ein jesl jesl